hallo meine lieben wir sind in zagreb gelandet hallo everyone so guck mal was es hier schönes gibt das sind von pistazien baklava jetzt fühlt sich ja mein mann gleich wie in ägypten das ist von schokolade und pistazien und mich interessiert das da hinten dieses lila da werden wir jetzt reingehen das will ich jetzt kaufen dann gibt es eins was ist das kievrim das habe ich keine ahnung was das ist dann pistazien orange naranja dann schobjet habe ich auch keine ahnung leckere sachen gibt es hier dann schokolade und walnuss und normale baklava also elli geht jetzt da rein und fragt was das lila ist und dann kaufe ich das nachher gehen wir was essen ja zagreb ist cool so elli geht rein so husband what you say for kroatia ja nice city cool wir sind jetzt das ist mitten im zentrum bahn jelatschits platz heißt es ja coole stadt das ist so die häuser sind hier so wie im wiener stil gemacht wir haben heute glück dass es nicht regnet in der nacht hat es sehr stark geregnet aber jetzt ist gerade angenehm ach ja ich habe diese baklava doch nichts gekauft ich hoffe sie andere mal weil ich will noch diese cremeschnitte und diese cremeschnitte will ich mir hier kaufen dann wäre das zu viel und wir werden ja die anderen alle essen da zeige ich euch nachher video haben eingepackt ja coole stadt zagreb so und diese statuier ist halt hier sehr bekannt heißt bahn jelatschits diese mann und ich habe meine freundin gefragt warum ist er hier so interessant oder berühmt und dann hat sie gesagt kroatien war mal mit ungarischen people besetzt und er hat die alle vertrieben finde ich nicht gut wenn man irgendwelche leute vertreibt ich würde nie jemanden vertreiben weil die ganze welt gehört uns allen menschen aber man sieht wie die menschheit böse ist ja das ist jetzt die statuier das war 1848 gehen wir mal ein bisschen näher das war 1848 da ist er da ist er jetzt gehen wir jetzt gehen wir mal Chewapcici essen dann sehen wir ob sie gut ist oder nicht gestern war einmal Pizza essen meine Schwester hat gesagt wow die weltbeste ja sie war gut aber es war doch nicht die weltbeste aber die Geschmäckerl sind ja verschieden oh ja das ist einer die auf der Jägen dr auf everything Und wir haben hier ein bisschen auf den Ort. Und wir haben hier ein bisschen auf den Ort. Aber wir müssen jetzt ein bisschen essen. Das ist jetzt ein kleines Restaurant hier. Und wir sehen uns, wie es aussieht. Jalabina. Okay, Jalabina. Ja, wir gehen jetzt. Ich nehme euch jetzt einfach mit. Das ist so ein kleines Restaurant hier. Sollte nicht allzu teuer sein. Also Chewapcici, das ist ja hier Spezialität. Der muss Femmes. Wie sagt man auf Deutsch? Ja, jeder weiß, was Chewapcici sind. Kofta. Ja, sagt es mein Mann. Aber das sind Chewapcici, keine Kofta. Das ist Dessert. Ja, stimmt. Ja, aber der Restaurant, wo wir gestern waren, mit dieser Pizza, der hat natürlich wow ausgeschaut. Schade, dass ich da kein Video gemacht habe. So, da sind wir schon. Ich hoffe, die haben da Toilette, weil ich muss dringend. Schon lange. Okay, dann mache ich nachher Video, wenn die kommen. Schaut, Tivoli heißt es. Chewapi Veliki, also große Chewapi. So. So, meine Lieben, jetzt zeige ich euch, was wir bestellt haben. Mein Mann hat hier Chewapi mit Pommes, Gaiwan und Zwiebeln und hier ist das Brot dazu. Und ich habe mir Kalamari bestellt, mit Dip. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. Und vor allem, wie ist mein Mann? Erste Mal. Ja, schaut gut aus. Okay, dann sagen wir guten Appetit. So, meine Lieben, wir sind jetzt nach Hause gekommen. Und ich wollte euch jetzt das zeigen, was wir gekauft haben. Da steht türkische Baklava, aber wir wissen ja, das ist arabische Baklava. Arabische Baklava, immer als erste dann. So, jetzt sind wir. Schau weiter. Wie macht man das so schön eingepackt? Wie macht man das jetzt auf? Das werden wir jetzt genießen. Jetzt sind jetzt die Schmitten in der Nacht, aber egal. Wie wird es nachher gemacht? Niam, 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 niam. Schokolade, Pistazie. Und jetzt ist sie hier. Geh auf. Ach, die hat es jetzt zu. Warte, Schere, Momentus. Ich bin gleich da. Moment. Schere ist schon hier. Hinein marscht. Jetzt ist sie mitten in der Nacht. Aber ich werde es, wir werden es essen. auch Schokolade und was war das? Mandel. Mandel, genau. Lecker, lecker, lecker. Ja, okay. Dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Falls euch das Video gefallen hat. Ich habe jetzt aber nicht viel. Morgen werden wir mehr von der Stadt zeigen. Schönen Abend. Schönen Tag. Genau. Schönen Abend. Schönen Abend. Genau, ja. Okay, meine Lieben. Alles Gute. Bye, bye. Eure Ellie und euer Achmed. Ciao. Bye.